guten tag ich begrüße euch zu let's play scp containment breach sehr schöne sache ein ganz tolles spiel das werdet ihr bestimmt auch gleich sehen und ich habe extra im internet nachgeschaut wie man denn dieses spiel bewältigen kann und habe leider nichts gefunden es ist anscheinend irgendwie mit rätsel und man soll diese viecher einsperren aber mehr konnte ich nicht erfahren ist jetzt auch nicht das erste mal dass ich das spiel aber die erste aufzeichnung bzw die erste aufzeichnung die mir hoffentlich glücken wird und wir fangen jetzt einfach mal an ja das sieht ja auch an die musik könnte man sich schon gewöhnen oder da liegt schon ein dokument willkommen zu sp foundation gott zum work for you please step out of the cell arbeit na gut jess follow me we're authorized to kill any disability and test subjects so don't try genau wenn der bildschirm kurz schwarz wird dann heißt es dass ich mit den augen blinzle also im spiel weil in dem spiel muss man blinzeln und das hat auch einen tieferen sinn denn manche viecher bewegen sich nur wenn man sie nicht anschaut oder man blinzelt es fängt so schön an das spiel es fängt so schön an das spiel instruktionen from the intercom and you'll probably be fine und wir sind jetzt einer von diesen class d leuten und da sehen wir schon da sehen wir schon den berüchtigten euklid genau so hat er die einfach mal umgekilde weg hier So, jetzt geht der Spass los hier Ja, schön Ja, genau Und dieses Geröll, was ihr da hört Das ist schon SCP Nummer 173 und der ist hier unten Immer wenn man die Augen zumacht, dann bewegt sich der Wirklich ne ganz tolle Angelegenheit Das ist ein kleiner Wichser hier Eins, zwei, drei, Oxenberg Erkennt das noch von früher Ja, die heutige Generation wahrscheinlich nicht mehr Okay, damit Damit mir keinen Gefallen getan Mit dieser Aussage Wow, scheiße Scheiße Okay, das war jetzt irgendwie echt dumm von mir Na gut, wir sehen uns bei Versuch Nummer 2 Grüß Gott Dies ist der Versuch 2 Und ja Ich denke der shortest Weg raus ist durch den Südwestweg Ich verpiss mich einfach mal in diese Richtung Boah, scheiße Nein Scheiße Boah Mach die scheiß Tür auf Scheiße Ich bin am Arsch Ich kann mich bewegen Scheiße Das ist eine Scheiße hier Boah, Gänsehaut Das Spiel ist so mies Ich sag's euch Wir sehen uns bei Versuch Nummer 3 Guten Tag Ich denke der shortest Weg raus ist durch den Südwestweg Folle mich Genau Die Maps sind übrigens jedes Mal neu generiert Das ist natürlich auch sehr schön Dass man ja nie weiß Was Sache ist Also Es ist irgendwie Ziel des Spiels Dass man diese Viecher weg sperrt Genau Und da ist er wieder Da drin Tja Darf ich nichts besseres zu tun haben Gehen wir einfach durch Ah, der steht da sehr scheiße Boah Das war verdammt knapp Vielleicht durch das Gas muss man schneller blinzeln Ja, der ist noch da drin Aber der kann da auch raus Das ist so Das ist so mies Wow, wow, wow Ah, dieses Geräusch ist so Ja, klar Nee, oder Hat's aber ja noch die Tür zugemacht Boah Scheiße Ja Ich glaube, da muss ich mich mal kurz erholen Wir sehen uns bei Versuch 4 Guten Tag Ich will eigentlich gar nicht mehr spielen Ich glaube, der kürste Weg ist durch den Süd-Wing Folle mich Dann geht es um Ich will jetzt einfach Ich will jetzt einfach Ne, ne, ne Dieses Spiel ist wirklich Grausam Grausam einfach Wer sich übrigens für diese SCP-Geschichten interessiert Dem kann ich nur wärmstens diese Website empfehlen Secure, Contain, Protect Also das Spiel basiert eigentlich auf dieser Website Mmmh, lecker Geschmackig Sehr schön Nein Oh, oh, ich glaub der steht Ach der ist da, okay Irgendwo Was? Alter Da kriegt man echt die Krise Also hier scheint's nicht weiterzugehen Boah Sorry wenn ich ein bisschen schweigsam bin Aber Es geht echt Geht echt an Substanz wollte ich grad sagen Scheiße, da steht er Jetzt mach ich jetzt Tür zu Ähm Ja, ich muss da durch Es hilft alles nix Okay Okay Nochmal blinzeln Und nochmal blinzeln Und durch Scheiße Das ist so'n Fichser Okay Dann probieren wir's nochmal in die andere Richtung Es scheint mir keinen Ausweg zu geben hier Da war noch ne andere Tür Nämlich die hier Das ist alles bisschen Suspekt hier Vielleicht Vielleicht bringt er die Karte hier was A higher security level Okay A higher security level Scheint leer zu sein Hoffe ich zumindest Woah Woah Boah emerge verrations Higher security clearance slide Also Be seconds Das ist so unheimlich. Die Geräuschkulisse tut auch seinen Zweck sehr gut. Extrem gut, würde ich sagen. War ich da schon? Ach, da ist wieder der Scheißraum. Ja! Da, Scheiße, da ist die Karte. Ich muss da hin. Scheiße! Mach die Scheiß-Tür auf! Zu! Mach die Tür zu! Alter! Alter, ich bin schweißnaß, ey. War das jetzt welche Richtung die vielleicht, glaube ich, oder? Jetzt glaube ich, kann ich hier durch wenigstens. Boah, boah. Ja. Boah! Boah! Scheiße. Einfach von hinten jetzt. Von hinten. Das kleine Sau, ey. Okay, ein einziges Mal. Probier's noch. Puh. So. Ich glaube, die Gasmaschine könnte ja auch mal her in die Stimme. Also egal, was ist das jetzt auf jeden Fall der letzte Versuch. Mir reicht's. Und der Glied scheint nicht hier zu sein. Ah, da kann man nicht mal die Türen öffnen. Also der Euclid, das ist dieses komische Stein-Dings da. Das muss ich die ganze Zeit verfolgt. Ja, genau. Nein, nein! Boah, halt. Okay, das ist scheißdunkel. Nee, das ist definitiv zu dunkel. Da erschreckt man ja noch mehr. Da, so ruckelt der sich rum, wenn man eigentlich nicht hinschaut. So steht er ganz gut. Ah. Der Charakter muss ja blinzeln. Ja, so geht's. Ich probier's jetzt. Na, jetzt ist's wieder zu spät. Das sind 10 Sekunden oder so. Immer im Auge behalten. So. Woa. Nein! Ah. Puh. Okay. Tief durchatmen. Alles klar. Äh. Vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare, wie man das macht. Oder gibt's hier vielleicht irgendeinen Trick oder so. Keine Ahnung. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dieser SCP Containment Breach Folge. Ich hoffe, es war vielleicht für euch ein bisschen so spannend wie für mich. Für mich war's ein bisschen zu spannend. Ich brauch jetzt ne Pause und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ja. Ja, bitte. Ciao. Vielen Dank.